Also Leute Also Leute, ich bin angekommen in Düsseldorf, bin jetzt auch schon im Hotel. Das ist echt ein cooles Zimmer, vor allem der Blick. Es hat mal so viele große, breite Fenster. Man sieht irgendwie alles. Hiya! Und noch ganz kurz das Bad, das sieht auch mega nice aus. Der Gönch meint auf jeden Fall noch eine Regendusche heute. Also es läuft zwar gerade Dramin is next top model, aber der Blick nach draußen fasziniert mich irgendwie mehr. Und da setze ich halt alle Sachen rein. Irgendwann muss der Ferdeturm nochmal sein. Keine Ahnung. Ah da. Yo Freunde, ich bin gerade in Paris angekommen, wartet jetzt auf mein Flug nach Miami. Und ja, ich lasse euch wissen, wenn was Neues am Start ist. Ausatmen. Rollie, 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 with a dab of ranch. I already got some designers to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Ausatmen.